Dr. Strange, Sie glauben, Sie wüssten, wie die Welt funktioniert. Was, wenn ich Ihnen sage, dass die Ihnen bekannte Realität nur eine von vielen ist? Das ergibt keinen Sinn. Nicht alles ergibt Sinn. Nicht alles muss Sinn ergeben. Mithilfe mystischer Macht nutzen wir die Energie, um die Realität zu formen. Wir reisen über weite Entfernung. In einem Augenblick. Wie komme ich von hier nach dort? Wie sind Sie Arzt geworden? Lernen und üben jahrelang. Was soll? Es ist Kraft in ihm. Ist er bereit? Sei vorsichtig, welche Pfade du beschreitest, Strange. Es sind schon stärkere, als du vom Weg abbekommst. Ich bin der Tod und der Schmerz. Du wirst sterben, während du diese Welt beschützt. Ich kann das nicht tun. Es gibt keinen anderen Weg. So viele Jahre habe ich die Zeit durchsucht, um Sie zu finden. Was ist das? Mein Mantra? Das WLAN-Passwort. Wir sind keine Wilden. Ich glaube nicht an Märchen über Schakren oder Energien oder die Kraft des Glaubens. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020